Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Wrath of the Lich King Classic und zwar mit unserem DK-Tank. Ja, wir haben in der letzten Folge uns die Skillung für einen DK-Tank angeschaut und in dieser Folge wollen wir uns mal an den Statuswerten ein kleines bisschen was abschauen. Das bedeutet wir gehen in die Ausrüstung rein, die werden wir uns dann auch gleich noch mal ansehen und zunächst einmal die sämtlichen Werte. Ihr habt hier die beiden Werte, wenn ihr es nicht durch einen Addon quasi verändert habt und noch mehr auslesen könnt, sind das hier die Grundeinstellungen. Wir gehen zuerst mal, weil ihr Tank seid natürlich, auf Verteidigung und auf die Grundwerte. Was sind denn die besten Grundwerte für einen DK? Auf jeden Fall als erstes Ausdauer. Mit mehr Ausdauer habt ihr mehr Lebenspunkte. Lebenspunkte die beste Versicherung gegen jeglichen einkommenden Schaden. Vor allen Dingen magischen Schaden, den ihr ja weniger verringern könnt. Ein bisschen durch die Skillung, aber ansonsten nicht. Für körperlichen Schaden habt ihr neben der Ausdauer noch die Rüstung. Die ist auch sehr wichtig, um so viel es geht an körperlichen Schaden zu verringern. Das ist ja auch in den meisten Bosskämpfen die höchste Schadensquelle, die auf euch einprasselt als Tank. Ansonsten habt ihr zwei Hauptwerte. Der erste wäre die Stärke. Mit der Stärke bekommt ihr mehr Angriffskraft. Mit mehr Angriffskraft könnt ihr besser Agro aufbauen. Zusätzlich gibt es auch noch die Beweglichkeit. Die ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber man kann sie gern mitnehmen. Die erhöht die kritische Trefferchance und sie erhöht auch euer Ausweichen und die Rüstung. Vor allen Dingen die Rüstung macht hier Sinn, dass ihr hier einiges dazu bekommen könnt an Verringerung des körperlichen Schadens. Welche beiden Werte für euch vernachlässigbar sind, sind Intelligenz und Willenskraft. Wenn wir zur Verteidigung gehen, da ist als erstes wichtig, klar der Rüstwert steht hier nochmal, aber Verteidigung selber. Verteidigung, ihr benötigt eine Verteidigung von 540 Punkten, um Krit-Immun zu sein. Das bedeutet, die Gegner können keinen kritischen Treffer mehr an euch landen. 540 ist die Grenze für Bossgegner, weil die 3 Level höher sind als ihr. Für HC Dungeons reicht auch 535 aus, da die ja nur 2 Level höher sind als ihr. Gleichzeitig erhöht die Verteidigungswertung eurer Ausweichen und Parierchancen. Nicht so viel natürlich wie Parierwertung und Ausweichwertung selbst, aber kann man gerne mitnehmen. Ihr seht, durch eine gute Ausrüstung kommt ihr Spielende auf den Wert. Dann natürlich Ausweichen und Parieren. Da macht es Sinn, als DK möglichst beide gleich hoch zu bringen. Ihr habt von Grund auf immer mehr Ausweichen drin als Parieren. Deswegen holt ihr ein bisschen mehr Parierwertung bzw. kriegt ihr auch Parieren von Stärke noch mit drin. Wichtig bei Ausweichen und Parieren, je mehr ihr von dem Wert schon habt, umso mehr Wertung, das ist das, was auf den Items ist, benötigt ihr, um weitere Prozentpunkte von Parierchance zu erhalten. Das heißt, je höher ihr kommt, umso schwieriger wird es, noch besser zu werden, prozentual gesehen. Blocken gibt es als DK nicht, da ihr keine Schilde tragen könnt. Somit könnt ihr auch keine Angriffe vermindern. Das ist den anderen Tanks wie Paladin und Krieger vorbehalten. Und wenn ihr PvP-Ausrüstung habt, ist es interessant, ihr könnt auch über PvP-Ausrüstung Kritt immun werden. Kann man machen, gerade am Anfang, wenn einem vielleicht noch ein paar Verteidigungswertungspunkte fehlen und man hat nicht das richtige Item, hat aber ein bisschen vielleicht durchs BG gelevelt, holt man sich noch ein, zwei Teile mit Abhärtung und schon kann das ausreichen. Zusätzlich kriegt man auch noch ein bisschen weniger Schaden. Allerdings sollte man am Ende dann wirklich, wenn man PvE spielt, also in Raids und in Dungeon unterwegs ist, voll auf die Verteidigung gehen und die Abhärtung weglassen. Zauber und Distanzangriff kommen wir später noch hinzu. Das ist nicht ganz so wichtig. Wichtig für euch ist noch der Nahkampf. Der Nahkampf ist ja an sich eine Sache für DDs, aber es gibt da zwei Sachen, die auch sehr wichtig sind. Euer Schaden, euer Angriffstempo und eure Grid-Chance sind jetzt nicht so wichtig für euch. Das boostet euren Damage und er haut schneller zu, ist ein bisschen Aggroaufbau, ist aber weniger von Interesse. Genauso wie eure Nahkampf-Angriffskraft, die kommt automatisch dann mit den besseren Items. Was wichtig ist für euch, ist die Trefferwertung und die Waffenkunde. Trefferwertung als erstes für sämtliche Angriffe, die Nahkampf sind. Das bedeutet, euer Seuchenstoß, euer Blutstoß, euer Todesstoß, eurer Runenstoß. Für sämtliche dieser Angriffe benötigt ihr Trefferwertung, um den Gegner zu treffen. Und zwar für Meleys mit einer Zweihandwaffe, mit der ihr ja hier kämpft, sind es 8%, beziehungsweise das dürften dann 260 ungefähr Trefferwertung sein. Ihr seht, ich habe 8,08%. Also gerade so, dass es ausreicht. Das könnt ihr auch mit Zockeln und Verzauberungen dann stückweise hochbringen. Wenn ihr in eurer Gruppe einen Draenei habt oder selbst Draenei seid, bekommt ihr 1% mehr Trefferwertung. Das heißt, ihr braucht hier nur 7. Ich würde euch aber empfehlen, trotzdem auf 8 zu gehen. Das hat dann noch einen anderen Grund, den ich gleich erläutere. Waffenkunde ist für Tanks auch sehr wichtig, weil Gegner können euch ausweichen oder parieren. Wenn ihr vor einem Gegner steht, wie als Tank, dann können die beides, also ausweichen und parieren. Wenn ihr hinter dem Gegner steht, dann können sie nur noch ausweichen, dann gibt es parieren nicht mehr. Und die Faustregel ist, dass 7,5% hat der Gegner ausweichen und parieren Chance jeweils aufaddiert. Das bedeutet, um alles zu verhindern, bräuchtet ihr eigentlich 15% Waffenkundewertung, sodass der Gegner nicht mehr ausweichen und parieren kann. Es reicht aber im Grunde genommen aus, die 7,5% zu bekommen. So ist es in den meisten Fällen so, dass der Gegner nicht parieren kann, weil es gibt dieses Parry-Haste. Das heißt, wenn der Gegner pariert, resettet er seinen Autoangriff und greift halt nochmal an. Und das kann ein Tank schon mal aus dem Binden kippen, dass er dann zwei starke Hits abbekommt. Deswegen sind die 7,5% wichtig. Wenn ein Gegner euch ausweicht, kann er seinen Autoangriff nicht resetten und deswegen ist es nicht ganz so wild. Klar, ihr misst dann natürlich und dadurch macht ihr nicht so viel Aggro oder habt sonstige Probleme. Aber wichtig, dass ihr immer daran denkt, die 7,5% die 15 wären Bonus, aber dann müsst ihr halt auf andere Stats verzichten, um bis zu den 15 zu kommen. Jetzt kommen wir nochmal zu der Trefferwertung, weil da ich gesagt hatte, die 8% können entscheidend sein. Und da schauen wir mal bei den Zaubern rein. Und da gibt es nämlich auch eine Trefferwertung. Und hier seht ihr, steht auf einmal 10%. Das ist die Zaubertrefferwertung. Da braucht ihr nämlich weniger Trefferwertung, um ein bisschen mehr zu bekommen. Und bei 10% habt ihr die Möglichkeit, dass ihr mit der Glüfe, die wir in der letzten Runde uns angesehen haben, nämlich diese mit dem dunklen Befehl, habt ihr eine erhöhte Erfolgschance um 8%. Das bedeutet, mit diesen 8% und den 10% Zaubertrefferchance, weil euer Spott hängt von der Zaubertrefferwertung halt ab, weil das ein Zauber ist, da habt ihr jetzt 18% Trefferchance. Und das sind genau die 18%, damit ihr nicht mehr verfehlt beim Spotten. Außer natürlich, der Mob ist spottimmun. Das kann immer mal passieren, wenn zu häufig gespottet wurde oder wie bei Thorim die Mechanik dann einsetzt, dass er dann irgendwann spottimmun mal wird, dann geht es daneben. Normalerweise reichen aber diese 18% aus, dass ihr den Mob abspotten könnt. Deswegen macht es Sinn, hier auch auf 8% zu gehen, dass ihr auch, wenn mal kein Draenei in der Gruppe ist, hier diese Zaubertrefferchance habt. Okay, das war es eigentlich soweit zu den Werten. Da könnt ihr mal schauen, auf welche Werte ihr jetzt kommt und wie ihr diese Werte dann erreichen wollt. Prio 1, Crit Immun 540 Verteidigungswerte. Prio 2, Trefferchance 8%, Prio 3, Waffenkunde 7,5%. Alles danach möglichst auf Parieren, Ausweichen, zusätzliche Rüstung und Ausdauer gehen. So, das war es quasi zu den Werten. Jetzt kommen wir mal zur Ausrüstung selbst. Und ich bin in der glücklichen Situation, das Best-in-Slot-Equip mittlerweile zu haben für Phase 2, das heißt Uldua-Content. Im PDOK werden noch ein paar Teile ausgetauscht. Nicht alle, höchstwahrscheinlich, aber einige Teile werden auf jeden Fall gewechselt werden. Wir kommen aber mal zu dem Equip, was für meine Spielweise mit das beste Equip ist, was man in Uldua derzeit bekommen kann. Beim Kopf hole ich mir den T-Set-Kopf von Torem25. Der hat Trefferwertung mit drauf, das ist ganz gut. Und er hat sogar einen blauen Sockel, den ich hier reinsockeln kann. Wundert euch nicht, da steht bloß 51 Ausdauer. Das kommt daher, dass ich Juwelier bin und kann hier stärkere Sockel in meine Ausrüstung reingeben, zumindest drei Stück. Der Meta-Sockel, immer den mit Ausdauer und durch Gegenstände erzielte Rüstung nehmen. Die Rüstung bringt euch sehr viel und die Ausdauer auch. Braucht ihr zwei Edelsteine Kategorie Blau, das sollte kein Problem sein. Und eins Rot. Bei den Roten gucken wir dann gleich, wen wir wählen. Die Verzauberung ist die von dem Argentum-Kreuzzug, der hier gleich neben Dalaran unten zu finden ist, im Südosten der Eiskrone. Mit 37 Ausdauer und 20 Verteidigungswertung. Dann kommen wir zur Halskette. Halskette Uldua 25er Hartmut von Freya. Die hat noch einen zusätzlichen Sockel. Ihr seht schon, ich nehme den Sockel-Bonus mit, verzichte daher auf 6 Ausdauer und hole mir aber noch ein bisschen Trefferwertung. Weil das ist so ein bisschen der Mangel in dieser Ausrüstung hier, dass ihr zu wenig Trefferwertung haben könntet. Ansonsten sehr schöne Werte schon drauf. Das zweite Set-Teil, wir spielen hier auch nur mit dem 2er-Set-Bonus. Und hängt aber mehr oder weniger damit zusammen, dass ihr da sehr schönen Agro-Aufbau machen könnt durch den Runenstoß mit dem 2er-Set-Bonus. Und die beiden Set-Teile mit die besten Werte schon auf sich vereinen. Deswegen nimmt man das mit. Der 4er-Set-Bonus, da sind die anderen Teile einfach zu stark für. Und der 4er-Set-Bonus ist jetzt nicht ganz so krass. Bei den Schultern, die Verzauberung, Ausweichwertung und 15 Verteidigungswertung kommt von den Söhnen Hudiers. Dann einen vollen Ausdauersockel und alle 3 defensiven Werte mit drauf. Der Umhang, Mimiron 25er HC, wieder mit einem Sockel mehr, Verteidigungswertung drauf verzaubert. Und der hat hier neben sehr viel Verteidigungswertung als Umhang, hat der noch Trefferwertung und Waffenkunde. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Umhang, obwohl im PDOK gibt es dann einen Umhang vom 50-Plus-Event, also wenn man durchkommt mit 50 Restversuchen, ist glaube ich der Umhang dann nochmal besser. Aber bis dahin dürfte der Umhang hier best in Slot sein. Dann kommen wir zur besten Brust und die wird wahrscheinlich sogar PDOK überstehen und erst in ICC dann ausgewechselt werden. Von Algalon 10er mit 2 Sockeln, hier der zweite große Ausdauer-Edelstein von mir drin, plus 10 alle Werte verzaubert und die hat noch ordentlich Waffenkunde mit im Petto. Dann kommen wir zu den Handgelenken. Flammleviathan 25er hat mit Trefferwertung drauf, das ist wichtig, plus 40 Ausdauer verzaubert und noch einen Sockel. Die hat normalerweise keinen Sockel, aber da ich Schmied bin, zweiter Beruf, kann ich mir einen zusätzlichen Sockel in die Handgelenke schmieden und konnte dadurch mir noch einen Ausdauersockel mit reinnehmen. Dann wieder Freya 25er HC die Handschuhe, deswegen kein Z-Teil, weil Brust und Handschuhe schon ein HC-Item sind und die Hose wird dann auch nochmal ein HC-Item sein. Hier drei Sockel, zwei normale und einen durch den Schmiedeberuf zusätzlich, verzaubert plus 2% Bedrohung und 10 Parierwertung. Hier könnte man gegebenenfalls auch Trefferwertung bzw. Waffenkunde verzaubern, falls einen der Wert noch fehlen sollte. Der Gürtel ist von den Marken, hat an sich keinen Sockel, aber man kann eine Gürtelschnalle herstellen. Die ist universell, also da muss man kein Schmied sein, nur man braucht einen Schmied, um sie herzustellen, aber einsetzen kann sie jeder. Da hat der dritte große Sockel mit 51 Ausdauer mit drin, hat auch Trefferwertung mit drauf. Ich denke, diese Teile wird ziemlich schnell ersetzt werden, weil die Händlermarken können für einen Content mal bis sein, aber meistens nicht für den darauffolgenden. Dann mit das beste Item, was ich derzeit anhabe, Algalon 25er, natürlich Hartmut, mit drei Sockeln die Hose. Und hier seht ihr den roten, in Anführungsstrichen roten Sockel, den ich brauche für meinen Meta-Sockel. Da habe ich mich für den violetten entschieden, da der als rot gilt, mit plus 8 Waffenkunde-Wertung und plus 12 Ausdauer. Ich habe eigentlich genug Waffenkunde-Wertung, könnte ich normalerweise auch mal austauschen. Da gibt es rote Sockel, also violette Sockel, die haben Parierwertung, Ausdauer. Das würde wahrscheinlich sogar noch einen Ticken besser funktionieren. Und dann braucht man hier noch einen gelben Sockel, deswegen der grüne nochmal mit Trefferwertung, Ausdauer. Aber insgesamt opfere ich hier zweimal 12 Ausdauer, kriege aber einen Sockelbonus von 12 Ausdauer. Also hat es sich doch ganz gut gelohnt. Hosenverzauberung stellt der Lederverarbeiter her, hier mit plus 55 Ausdauer und plus 22 Beweglichkeit. Kommen wir zu den Stiefeln. Hartmut wieder, Mimiron 10-Spieler-Modus. Auch die besten Stiefel im Spiel, mit hier plus 15 Ausdauer und schwache Temposteigerung verzaubert. Ihr könnt auch plus, ich glaube plus 18 Ausdauer ist das, oder plus 21. Es ist ein Ticken höher die Ausdauer, was pure Ausdauer ist. Aber man sieht, dass in Ulduar sehr viel Movement notwendig ist. Und deswegen ist diese Temposteigerung wesentlich besser, wenn ihr einen Ticken schneller lauft. Ihr könnt natürlich auch hergehen und sagen, ich nehme als zweiten Beruf dann Ingenieurskunst und könnt euch die Rocketboots verzaubern. Dann seid ihr für kurze Zeit viel schneller. Ist für einen Dekar auch ganz gut geeignet. Ich habe mich hier für den Weg entschieden, Schmiedekunst und Juve zu gehen. Und deswegen dann den leichten Movement Speed auf den Schuhen. Die haben hier viel Waffenkunde, kann man gut nutzen. Und schön mit zwei blauen Sockeln kann man hier den neuen Ausdauer-Sockelbonus noch mitnehmen. Dann kommen wir zu dem ersten Ring. 25 Spieler Modus Torum hat auch Hartmut. Hat auch wieder einen Sockel. Hier nochmal Trefferwertung mit reingesockelt. Den Sockelbonus mitgenommen. Auch wieder Waffenkunde-Wertung drauf. Ihr seht schon, was das für Tank-Items sind. Wesentlich mehr Ausdauer als Stärke. Dann haben wir hier noch einen Ring. Das wird wahrscheinlich auch der erste sein, der schnell ausgetauscht wird mit PDOK. Wieder Waffenkunde-Wertung, weniger Ausdauer, kein Sockel. Auch Yaya 25 Spieler Modus normal. Da gibt es derzeit auch keinen besseren. Dann kommen wir zu den Trinkets. Da haben wir einmal das 10-Spieler-Trinket von Jörg Saron. Haufen Ausdauer drauf. Und ein aktivierbares Trinket. Ich finde aktivierbare Trinkets als Tanks immer besser. Einfach aus dem Grund, ihr müsst ja situativ eure Cooldowns ziehen, um Schaden zu vermeiden. Und wenn ihr ein passives Trinket habt, was brocken kann, dann ist das vielleicht gerade abgelaufen. Und dann kriegt ihr Schellen rein. Deswegen ist das immer besser. Und ein ähnliches Trinket dann von Ignis aus dem 25er. Mit ein bisschen mehr Ausdauer, weil höheres Item-Level. Und auch der benutzbare Buff ist höher. Allerdings Ausweichwertung, da haben wir ja schon ein bisschen mehr. Das heißt, das Parieren bringt hier fast so viel wie diese Ausweichwertung, obwohl hier 50 Punkte fehlen. Was haben wir für ein Siegel? Siegel derzeit von Klingenschuppe im 25-Spieler-Modus. Dass unser Runenstoß uns 5 Sekunden lang 144 Ausweichwertungen gewährt. Das ist so gut wie fast immer aktiv, weil man im Grunde genommen, kann man wirklich sagen, alle 5 Sekunden nahezu einen Runenstoß einsetzt. Weil man da irgendwie mal ausgewichen oder pariert hat. Ja, und als Waffe ist derzeit von Jogsarhorn im 25er Hardmode, also Jogsarhorn plus 1, da bekommt ihr den Loot. Die Stangenwaffe zu nennen mit Beweglichkeit, gibt noch ein bisschen mehr Rüstung. Einen Haufen Trefferwertung, das ist auch wichtig, die braucht ihr hier. Dann noch ein bisschen Tempowertung, Angriffskraft, gleicht ein bisschen die Stärke mit aus. Zwei Sockeln sind da möglich und als Verzauberung eure DK-Verzauberung, die Rune des Steinhautgargeus. Und die schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Die Rune des Steinhautgargeus gibt euch 25 Verteidigungen. Das sind jetzt keine Verteidigungswertungen, sondern das ist hier diese pure Verteidigung. Und erhöht die gesamte Ausdauer um 2%. Also das ist unbeschränkt die beste Verzauberung, die ihr auf eine Zweihandwaffe als DK drauf machen könnt. Können auch nur DKs machen mit ihrer Rune Schmieden und ist kostenlos. Ja, das war es zu den Werten. Schreibt mal in die Kommentare, welche Ausrüstung ihr habt, wie ihr gerade in Uldua steht. Wir stehen jetzt derzeit noch vor Jogsaron plus 0. Hatten ihn gestern, also im Vergleich zur Aufnahme des Videos, einen Tag davor, hatten wir ihn mal auf 4%. Das war unser bester Try. Also ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauert, bis er liegt. Dann hätten wir plus 0 auch geschafft. Und Uldua komplett gecleared, bevor PDOK rauskommt. Ja, und dann schreibt mal rein, wie eure Ausrüstung aussieht, auf welche Werte ihr kommt und wie ihr da so dasteht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns dann die Fähigkeiten und Makros und so weiter anschauen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.